Echo! Die Welt ist ein Schiff und das Schiff geht unter... Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, feiern! Maria von Wittelsbach, Elisabeth Schwester, Königin von Neapel, verrückt geworden. König Ludwig von Bayern, Elisabeth, Kaiser, dem Wahnsinn verfallen und ertrunken. Die Herzogin von Alonso, Elisabeth, Schwester, von Feuer erfasst und verbrandt. Asche zu Asche! Alle Fragen sind bestellt und alle Fasen eingehüllt. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es keinen Ausweg ist. Denn alle Sünden sind gewahrt, die Tugenden sind einstugiert. Und alle Füge sind gesagt und alle Segen lege nicht. Franz Josef! Kaiser von Österreich! Was ist das hier? Ein Irrenhaus! Ihr Sieger des Schiffenmeisterten! Wer kommt hier her? Tragen Sie mich nicht! Es ist doch hier ein Plan! Wo ist die Kaiserin? Elisabeth! Meine Elisabeth! Meine Elisabeth! Sie gehört in die Perspektive! Sie liebt mich! Schluss mit dem Unfall! Das ist doch hier ein Plan! Ich gab ihr mein Lied! Ein selbes Geschenk! Gehalt und Sicherheit! Gehalt und Freiheit! Und Klanz! Der langen Sitz-Augenblick ist lang! Du bist in ihr in drei, vier, lösen! Mit dieser Pfeile! Mörder! Hey, du Kenny! Es ist doch ein! Oh, aber nicht sofort! Ich verfehle aus Ihnen! Nein! 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 We is again! We is again! So am wir? No, das ist doch schön! Vielen Dank.